Servus Freunde, in diesem Video seht ihr einen kleinen, aber feinen Stream-Highlight-Ausschnitt von meiner 4,5-5-stündigen Session auf dem 2X-Server. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch, ist was ganz Spontanes, was Kurzes. Ja, gönnt euch den Shit. Einen wundervollen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Und herzlich willkommen back zu einer neuen Ausgabe von Don geht in den Bruch rein. Ich lasse mich backen von Rico und Karmin und zusammen werden wir dominieren. Ich bin da. Ganz leichtes. Sollen herkommen, ich hab Slugs. Ich weiß erst mal, die Farbe. Steppert, alter. Er läuft weg, die Sau. Der ist so long run, der rennt um seine Ehre. Nein. AK. Aus der Base raus. Leitern gelernt? Natürlich. Oh, da können wir easy hoch. Ich werd beschossen. Mal da kurz einen Trojaner reinpfeffern. Oh, der trifft jetzt. Jetzt, 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 ja, jetzt hat er Bock. Der ist echt gut. Bist du teppert. Komplettes Make-off-Naked geschossen. Wahnsinn. Die Mission von Rico und mir war es jetzt, ein bisschen Spielzeug den Nachbarn abzunehmen. Ich bin jetzt oder nicht? Der hinterher war noch eins, guck mal. Nein, der hinterher, ja, da kannst du, achso, ja, da kannst du, hast du noch ne Leiter? Drei. Ja, easy, pass mal auf, du legst eine hier dran. Dann jumpen wir von der da, da rein. Und dann legst du nochmal eine auf die Mauer. Ja, Bruder, man kann nicht schräg leider playen. Gib her, gib her, gib her. Mach du mal. Hier, hier, nimm, 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 nimm den Rest. Pass auf, die werden, die werden kommen. Die sind bereit auf den Ruf. Ich seh das Kästchen. Nein. Ah, bist du steppert. Jetzt haben wir mich gehört. Jetzt ist es Feuer. Da, du hast die Leiter kaputt gemacht. Habt nicht verkauft. Ich komm nicht hoch, glaub ich. Ich bin gebraucht. Kommst du auch nicht hoch? Ah, maybe. Du hast mich echt verkauft. Ich kann jetzt noch, ich geb dir den Slug Headshot. Ich hab Unfleschert gesehen, pass auf. Doch, er ist da, ich bin tot. Nein. Komm doch mal, mit Mehrleitern. Jalla. Und Stoff. Boah, Entschuldigung, das war der Proteinshake. Ich hab dich so verkauft. Unglaublich. Warte, warte. Nein, der wird mich killen. Oh, nee. Ach, Mann, du hast mich so verkauft. Du bist so ein Verkäufer. Digga, guck mal hier. Ach, du Kacke, nee. Aber man kommt da easy rein. Warte, ich reload Slugs. Ich muss warten, ich reload Slugs. Digga, was hast du gebaut? Du bist so ein Noob, Alter. Ich wusste, ich kann ja... Ich konnte nicht openlacen. Ich kann's nicht mehr. Ich ziehe direkt neben mir. Es ist mir leid, der Mann. Nein, ich bin tot. Aber ich jetzt ist wounded gegangen. 100% ist er wounded. Ich graf eine Python. Okay? Schade. Geh hier rechts runter. Hier rechts. Ah, schade. Jetzt hab ich den Jump nicht mehr. Boah, wie soll ich das schaffen, Junge? Gar nicht. Ich bin kein Movement-Gott. Oh, scheiße. Spaß. Ich bin Don. Wir haben uns dazu entschlossen, den Gegner ein bisschen auf den Sack zu gehen und ihn zu campen. Doch was dann passierte, tja, damit hat niemand gerechnet, glaube ich. Da kommt ein Mini-Bag von Large. Der fliegt straight auf uns zu. Die landen, die landen. Das sind die. Wir machen die jetzt. Wir machen die auf den Ruf. Wenn die runterkommen. Die müssen ja auch bei dir oder bei mir. Es ist nur einer. Es ist nur einer. Er ist der Benete nicht. Das ist tot. Er ist unten im Campo. Er ist unten im Campo. Du, 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 du. Ich halte dich. Er ist Fulke dann. Ich hab AK. Hier, stopp die Leiter. Stopp die Leiter raus. Ich hab Fiss mich aber. Er ist Ruf. Er ist Ruf schon, Fulke. Pass auf. Er ist oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach einer. Ja, ich mach. Gute Nacht. Komm, ist das Spieler, ich hab mit dir. Du laberst. Nee, ich laber nicht. Kriegst du nach Hause? Äh, ich glaub. Was war da drin, Backpack? Äh, Ful. Wir haben nach der ganzen Action nochmal ein bisschen Stein gefarmt, um unsere Base abzugraden. Außerdem haben wir es nochmal beim Nachbarn probiert, da ein bisschen was an Stuff zu bekommen. Leider ging das Ganze in die Hose. Während den ganzen Aktionen haben wir leider unseren Mini verloren, den wir einfach vor der Haustür geparkt haben. Deswegen haben wir uns entschlossen, Trainier zu gehen, um ein bisschen Scrap zu fahren für einen neuen Mini. Aber, was dann passiert ist, ja, wir haben 800 Scrap einfach verschenkt. Das kann ich jetzt nicht, das muss ich jetzt, egal ob ich jetzt nicht sterbe oder nicht, ich muss kurz. Wir müssen hier ran schieben und dann mach ich kaputt. Ja, ja, mit dem Zug. Und eine Double Door. Einer kommt raus, maybe. Einer ist outside, einer ist outside. Dann mach ihn. Der watcht dann, der watcht in deine Richtung. Wenn du mit dem Baum fällst, kommt er 100% raus. Ich geh mal an, an die Base. Das sind zwei. Wie, ist er nicht tot? Ich wollte nach links laufen, Junge, ich bin noch nicht sicher. Lutet mich, zwei Vollkits. Ich geh nicht, Mann, ich, Mann, ich, lass die wieder reingehen. Ich habe einen Brunnen geschossen. Die hätten es nicht machen sollen. Unser Ziel war es, entweder auf Small Auric, Large Auric oder Cargo zu kommen. Luckily für uns ist Cargo direkt neben uns gespawnt und das hat uns wirklich nach oben katapultiert. Und by the way, Carmen ist auch dazu gestoßen. Aber die haben ja nicht nach uns geschossen. Ich geh rein. Doch, doch, komm. Ding. Ach, Mann, du Zumesau. Ich sag ich. Ja. Alter, ein Vollnummer. Nein, geh du. Nein, geh du. Mini, 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 mini. A2, A2. Bin ich mehr. Glass Mini kommt, Glass Mini kommt, Glass Mini kommt. Jungs, ich bin Hilfe. Ich bin Bonn. Zwei. Der Hubbard, der Hubbard. Ich zähle den Häschen an. Es sind alle Crays schon drauf, Jungs. Anderer lebt noch, pass auf. Ich hab neun Bullets. Ich seh ihn. Der ist echt da. Er ist runtergejumpt. Oh, er ist AK. Ey, ne, ich spiele neben mir. Er wills mir finishen. Ich bin dead. Kommt jemand im Boot wieder, irgendwie. Hab ihn, hab ihn. Ist dead. Was? Nice, Junge. Tommy hier. Hallo dead, hab ihn wieder dead. Boah, huge, Junge. Bestfang. Boah. Ja, Junge, standen die auch nach oben, Bruder. Er ist zittert. Oh mein Gott, ich hab L9. Ich hab Rocket. Ich hab alles. Ja, ja, der guckt, der piekt oben. Als Häschen. Wo, wo, left. Einer hat Häschen. Junge, ich geh auf den Turm hier hoch. Ich kann ihm gleich ein Headshot geben. Boah, der muss noch ein bisschen weiter nach links. Komm, move. Spring doch auf das fucking Geländer drauf. Bringt nichts. Maybe, 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 what? Ich try. Er ist zittert. Boot kommt, boot, boot, boot kommt. Left side. Äh, wahl, wahl auf der Seite. Ne, er lebt noch. Der Schuss ist nicht connected. Der ist jetzt, weil der full kit. Ich seh's nicht mehr. Ich seh beide nicht mehr. Selbstmord. Ich bin dead. Er ist schon drin, er ist nicht mehr. Welle zieht, dann fliegt er jetzt weg. Ja, ist fliegen, oder? It's time for... Ulrike. Es ist ein Downy Scientist. Hopp, hopp, hopp. Ander ist wohl dead. Geht, es gibt es uns, Digga. Oh, kommst, kommst, bitte, kommst. Nice, den... Bruder ist ein Bord, ich weiß, kommst. Er ist dead. I go, Bruder. Ich hab zwei AP. Aber wir haben zwei Minis jetzt. Richtung Westen, Westen, Mini. Nee, da geht's, Green Room, Green Room. Crushed. Ander dead. Anderer One-Shot. Könnte dead sein. Easy Tricks. Ja, finde ich auch, Jungs. Das war echt easy, Alter. Merlin, sind die gleichen wieder... Das ist ein weitergekommen. Mini, 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 mini. Oh, doch. Ander ist full dead. Ander ist full dead. Alles gut. Vorne Treppe. Ja, da irgendwo, ja. Da rechts. Wo, wo, wo? Ey, ey, ey. She's rocket on me. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ich bin dead. Soll ich flame hoch? Soll ich flame hoch? Na, wir können... Wir kommen rauf. Ey, 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 ey. Nein, nein, nein. Die bei mir, die bei mir. Komms. Mir kommt gleich wieder der D. Und dann können wir einfach... Ich kann mich nämlich wieder looten. Okay, die Verkommen wieder auf. Silence Bolt, glaube ich. Der geht mir im Lauf. Der pusht mich gerade. Komms. Ersted. Nein, sweet. Alles neun, alles neun. Komms. Fladi, ich glaube es kommen 3 Grubs Rekun kam in Comeback Wir hatten die komplette Kontrolle über Large Eurik Noch ein paar Grubs gekillt Und dann sind wir back to base Wir haben dann wieder die Base Bisschen geupgradet, sind dann nochmal Aufs Cargo rauf, was bisschen boring War und dann haben wir Nochmal auf ganz ganz entspanntem Patrol getakt und da Ist es wieder bisschen Eskaliert Einfach dead Er ist dead Unser Nachbar Das ist ja der Silence Der ist direkt neben mir Boah, ist der schlecht Der ist direkt vor mir in Rainer Was ist das denn? Ich habe viele M2 oben Ist er dead? Ja, okay, ich stehe die oben Was ist das denn? Ich muss die anderen jetzt mal legen Militär könnte er looten Ich habe die ganzen Fullsetshofer weggemacht Die waren direkt neben mir, die haben nichts gecheckt. Viel zu strong. Zeh nicht. Hat nen Headshot. Wann auch verletzt. Die Seite geht der Spray nochmal von der Elke. Ich hab grad die ganze LMG gespielt. Oh man, er lässt sich grubben. Ne, ne, hier, 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 bei mir, bei mir. Der ist über den Berg schon, 3,50. Aber der rechts von uns war ein Fullset. Ja. Ich kann die Ecke droppen, Carmen. Ja, ich hab... Ich glaub... Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Rattatata. Ratt nicht. Ich bin in einer Cave, gell? In? Ja, kommt noch einer, kommt noch einer, kommt noch einer. Ich bin low. Komm herunter, komm herunter. Ist da noch einer? Pusht her, Pusht her, Pusht her, Pusht her. Pum, Pum, Pum. Ich bin dead. Nein, halt nicht, Bruder. Fullert. Habt ihr keinen Back? Nein, da nicht. Ich bin durch da, ich bin durch da. Wo kam er denn jetzt? Alter, mein... 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 Ich kann Ecke sparen, ich bin... Komm her. Nein, ist dead, ist dead, ist dead, ist dead. Jungs, 310, 310, 310, 310, 310, ich bin dead. Naja, unten links. Und dead? Ja. Leute, hat gedacht, ich schieße auf ihn, Maywee. Er hat bestimmt gedacht, ich habe wollen, Herr Klull. Alistair Lovers heißt er. Geil. Äh, 5, 6, wieder. Vollert. Der geht schlafen, schlafen, Mann. Der geht schlafen, Mann. Der ist am Baum, 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 am Baum. Wo? Am Baum, große Eiche. Große Eiche, 260, 260, 260, 260. Komm, komm, komm. Nein, vor allem jetzt neun Spieler. Hast du ein safe dead? Das ist ja nicht. Junge. Wie viele Schüsse habt ihr gerade gebraucht? Ah, nicht gesehen. Nicht gesehen. Ich habe nur Hüftfeuer geschossen. Chat. Ich schalte euch weiter. Well, das war's mit unserer kleinen Adventure. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Lasst ein Abo da, ein Däumchen da. Man hört sich und sieht sich im nächsten Video. Und checkt mal mein Twitch ab. Ich bin da gefühlt jeden Tag live.